Moin, willkommen in Hamburg an der Hammerstraße. Im Juli 2021 wurde hier eine neue Brücke gebaut für die S-Bahn-Linie S4, parallel zur vorhandenen Brücke der Bahnstrecke Hamburg-Lübeck. Dafür musste ein Teil der Mauern der Unterführung wieder abgerissen werden. Die Mauern waren erst wenige Monate vorher fertiggestellt worden. Nun sehen wir von der Marienthaler Straße aus, auf die Baustelle östlich des Bahnhofs Hasselbrook. Hier soll die S4 aus der Strecke der S1 abzweigen. Im Sommer 2021 ging es mit dem Bau eher langsam voran. Hier sehen wir den gleichen Bereich von Norden, von der Pappelallee aus. Am ehemaligen Bahnhof Wandsbek wurden auf beiden Seiten der Bahnstrecke Baustellen eingerichtet. Hier ein Blick auf die Baustellen an den ehemaligen Bahnübergängen Claudiusstraße und Schlossgarten. Diese Aufnahmen stammen aus dem August 2021. Hier sehen wir von der Pappel-Linie S4, Im August liegen große Haufen von Baumaterial bereit, und man kann sehen, wie der Unterbau für die zwei zusätzlichen Gleise entsteht. Untertitelung des ZDF, 2020 Hier seht ihr die Baustelle von der anderen Seite der Gleise, also von Norden aus. Die S-Bahn-Gleise werden auf dieser Seite liegen. Zur Orientierung, bei den vorigen Aufnahmen habe ich ca. 100 Meter rechts von dem flachen weißen Gebäude gestanden. Die S-Bahn-Gleise werden auf dieser Seite liegen. Die S-Bahn-Gleise werden auf dieser Seite liegen. Auch das Containerstellwerk steht noch. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Sollte Im Juni 2022 stand der bunte S-Bahn-Zug der Baureihe 472 hier in einem der Kehrgleise. Am 10. August wurden Schwellen bei der S-Bahn ausgetauscht. Im Hintergrund fährt ein ICE über die Güterumgehungsbahn. Im Oktober 2022 werden die Widerlager gebaut für die Brücke der S-Bahn über die Güterumgehungsbahn. Eine Betonpumpe ist im Einsatz. Am 29. Dezember 2022 ist die Brücke eingesetzt. Beim ehemaligen Bahnhof Wandsbek liegen zu diesem Zeitpunkt große Haufen Baumaterial. Zusammen mit der geneigten Brücke für die Baustellenzufahrt führen im Januar 2023 drei Brücken über die Güterumgehungsbahn. Von den Zügen, die dort unten fahren, sieht man also recht wenig. Gästeig. 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 Im Hintergrund gegenüber vom Containerstellwerk ist schon zu sehen, wo der Unterbau für die S-Bahn entsteht. Damit sag ich für heute Tschüß und bis zum nächsten Mal. Gästeig. 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 Gästeig.